hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal pc check zu einem neuen video heute mal screen on und zwar mit dem screen on gaming set x100 128 v2 game pc punkt x100 128 plus 24 zoll monitor plus tastatur plus maus für 1439 euro ihr habt vor kurzem ein fertig pc ohne windows gekauft und wollte euch einen aktivierungsschlüssel besorgen dann schaut gerne mal über den link in meiner video beschreibung bei meinem partner vip cdk deals vorbei denn dort könnt ihr mit dem rabatt code pchk ganze 30 prozent bei microsoft produkten sparen zahlen könnt ihr ganz bequem via sofort überweisung visa paypal und so weiter in meinem fall habe ich paypal gewählt weil dies für mich die schnellste variante war danach werdet ihr automatisch in euer benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den code anzeigen lassen den kopiert ihr nun besucht über die windows taskbar nach aktivierungseinstellungen fügt dort euren code ein und ihr habt nun ein aktiviertes windows kommen wir zuerst zu dem bild ja das ist mehr oder weniger fake weil beim monitor wird hier mit 27 zoll geworben wenn wir hier ein bisschen runter scrollen sehen wir das ist ein 24 1 halb zöller und ja das macht eine menge aus tastatur und maus ja könnte schon irgendwie passen das gehäuse sollte eigentlich auch passen der lüfter der hier drin ist auf dem kühler der ist allerdings nicht rgb beleuchtet zumindest nicht in der beschreibung da soll der ganz normale box kühler drin sein hier ist allerdings ein rgb lofi drin weiß ich nicht wie die das auslegen wir haben aber auch noch seitliche bilder dieses bild gibt sehr viel aufschluss darüber was da drin so verbaut ist ich wusste jetzt nicht alles weil die halten sich sehr bedeckt mit den angaben aber hier oben sieht man zum beispiel in kolink netzteil ist ein mikro art export drin a320 chipsatz aber da kommen wir jetzt gleich noch zu der pc wurde vorgeschlagen von jp88 der schrieb auch schon dazu ich habe noch nie so ein scam gesehen schlechter geht es nicht pure abzocke das nehmen wir jetzt einfach mal auf kurz zu der beschreibung dieses gaming set besteht aus game pc also das ding was wir eben gesehen haben plus diesen monitor von ijama g master blackhawk mit 24,5 zoll und einer trust gxt 838 azor gaming tastatur und maus was ich sehr sehr lustig finde weil es eine niederländische seite ist haben sie das quasi ins englische übersetzt und vom englische ins deutsche man kann aber aus deutschland bestellen ist einfach eu ihr könnt das ding so kaufen ich habe es eben ausprobiert man wird dadurch den zahlungsvorgang durchgeleitet man kann sagen germany als versandadresse das funktioniert also was die übersetzung angeht 14 tage da weiß ich bis jetzt immer noch nicht was es ist 14 days weiß ich nicht vielleicht kann mir das jemand sagen liga der legenden natürlich league of legends valorant ist klar roblox raketen liga rocket league klar cs gehen das ist csgo und apex legenden apex legends klar die fps werte die hier stehen gibt darauf nicht so viel hier steht weder wie sie es eingestellt haben ob die details hoch oder niedrig waren beziehungsweise ob es dann in full hd war oder wie auch immer das lustige ist hier steht auch wenn sie weitere fragen zur performance haben oder ihr lieblingsspiel nicht zwischen ihm ist okay wenn sie sich bitte an uns dieser computer eignet sich sehr gut für studien online lektion internet e mail und fotobearbeitung hat beide wlan als ein kabiles internet gut für studium und online ein bisschen multimedia will ich gar nicht abstreiten es wird aber als gaming set verkauft also soll man davon ausgehen dass man damit auch zocken kann kann man auch aber nicht so wie sie es hier bewerben starten wir mit der hauptplatine in amda 320 wir wissen nicht genau was drin ist ich habe anhand der bilder jetzt einfach mal recherchiert und es scheint ein asrock zu sein das wäre in dem fall das asrock a 320 m minus hdv r 4.0 das ist auf jeden fall ein sehr alter und sehr billiger chipsatz a 320 klar ihr könnt reisen 5000 da noch laufen lassen aber ist nicht das gelbe vom ei da sollte mindestens b 450 rein oder b 550 bei dem preispunkt wir haben keine gekühlten spannungswandler nur zwei ram bänke hier ist sowieso nur ein ram verbaut also ist nicht ganz so schlimm aber es sind halt nur zwei hier kann der ssd verbaut werden und hier habt ihr halt die anschlüsse für grafikkarte und erweiterungskarten und so weiter wobei man kann nur eine erweiterungskarte reinstecken dann war es das was die anschlüsse angeht haben wir mikrofon kopfhörer allein in netzwerkanschluss firma usb 3.0 hdmi vga und dvi habt ihr mit dabei und hier ist es jetzt wichtig ja die könnt ihr benutzen und solltet ihr auch weil diese maschine hat keine grafikkarte ihr zieht das bild über den prozessor der prozessor fungiert dann gleichzeitig als grafikkarte profitiert dabei auch sehr vom ram den ihr verbaut je höher der takt desto schneller ist das ding nämlich aber da kommen wir gleich auch noch zu zweimal usb 2.0 ps2 anschluss benutzt heutzutage eigentlich keiner mehr mir wurde jetzt eine e mail geschickt da wurde gesagt ja das wird gerne in büro rechnern genommen was ich auch immer sage weil die gerne usb ports deaktivieren wegen datenschutz und so nicht dass jemand so ein mitarbeiter auf die idee kommt usb stick anschließt dann werden die deaktiviert ps2 können sie dann auch nutzen sage ich ja ältere mäuse tastaturen im büro halt und das darüber wohl die signalgeschwindigkeit schneller wäre naja gut drauf geschissen normaler zocker holt sich usb tastatur maus das sind ja auch heimgeräte ist das thema erledigt also das bord ist echt das billigste vom billigsten was sie hätten reinbauen können in das gehäuse passt natürlich kein full atx bord aber bei 1400 euro ist das einfach ist einfach quatsch ist einfach quatsch und das kostet aktuell 176 euro bei amazon das ist auch der einzige link da kommt jetzt auch noch ein thema das ding hat realistisch mal irgendwann 40 oder 50 euro gekostet wir ziehen das hinterher noch mal ab ihr könnt auch mit dem preis rechnen kein problem werdet ihr gleich sehen aber ich ziehe das hinterher ab als prozessor haben wir amd atlon 3000 geht zwei kerne vier threads 3,5 gigahertz ich nehme jetzt nicht wundern einen ryzen 3 3200 g weil es den atlon 3000 einfach nicht mehr gibt beziehungsweise bei guides ist kein listing mehr drin nur mal so zum preispunkt der kostet hier 93 euro der hat wie eben der name schon gesagt hat zwei kerne und vier threads da mit dem ding ist nicht viel los da könnt ihr youtube gucken und ein bisschen netflix und so dass das hat quasi so viel leistung wie ein amazon fire tv stick nein natürlich nicht aber es ist halt nichts besonderes tdp von 35 watt ja in ordnung aber ihr seht halt 93 euro 99 ich nehme jetzt fairerweise den einfach dass wir einen preispunkt in der liste haben das sind dann 90 euro 84 und der hat natürlich auch die integrierte grafikeinheit worüber ihr in einigen spielen sogar gute fps bekommt ich zeige euch gleich noch ein kurzes video dazu könnte ich eigentlich auch jetzt machen ich habe mal hier geschaut und zwar wenn wir uns jetzt mal valorant angucken das ist auf 1080p und geringen einstellungen der seite im schnitt so bei 106 fps bei csgo im average auch so circa bei 77 fps auch auf 1080p und geringen einstellungen und apex legends hat auf 720p ihr habt ein full hd monitor mit dabei aber 720p im average 40 fps auf geringen einstellungen solltet ihr auf die idee kommen damit gta zu spielen geht er 5 auf 1080p normal also full hd und normalen einstellungen seite so im average bei 44 fps und bei fortnite sind wir bei 1080p medium einstellungen bei circa 50 fps im durchschnitt also ihr seht rein für e-sports titel geht es eigentlich wer jetzt wirklich nicht so viel kohle hat sagen wir mal ihr holt euch so ein 400 euro pc oder was dann ist das in ordnung das ding kostet aber 1400 und ihr kennt meine videos was normalerweise so da reingeht grafikkarte on board radio und wg3 grafik ja dabei eben drüber gesprochen ram 8 gb ddr4 2666 megahertz einmal 8 gb die halten sich natürlich beim prozessor jetzt hier an diese empfehlung von 2667 megahertz was jetzt amd dazu schreibt den könnt ihr aber auch mit 3000 oder so betreiben dadurch wird auch noch mal deutlich schneller beziehungsweise die grafik die profitiert davon da ich nicht genau weiß welcher ram drin ist nämlich jetzt den crucial das problem an der ganzen geschichte ist das läuft im single channel steckt ihr jetzt einen zweiten davon noch mit dabei habt ihr erst mal 16 gb klar und ihr hättet dual channel also fast die doppelte geschwindigkeit wenn man es jetzt so grob ausdrücken möchte dass die hier single channel und nur 8 gb verbauen ist halt totaler quatsch da werdet ihr wahrscheinlich noch geringe fps daten erreichen als jetzt eben in dem video denn der dude hier der hat es richtig gemacht in dem video der hat nämlich hier einfach bei ram 16 gb ddr4 3000 megahertz zwei mal 8 dual channel genommen was ich eben auch gesagt habe das heißt im endeffekt für euch ihr werdet diese fps werte die gerade in dem video zu sehen waren sowieso nicht erreichen sehr wahrscheinlich nicht und der kostet stolze 22 euro 89 bei mindfactory die ssd ist eine 240 gb m.2 ssd ich bin eben nach dem bild gegangen laut dem bild ist es wohl auch eine kingston aber ich weiß nicht genau welche weil die gibt es halt einfach bei geiz halt nicht mehr ich nehme jetzt diese hier das ist auch eine m.2 ssd 240 gb allerdings nur mit einer lese geschwindigkeit von 500 mb die sekunde eine schreibgeschwindigkeit von 350 mb die sekunde da könnt ihr auch eine normale sata platte nehmen also wirklich eine sata ssd es kann natürlich sein dass sie wirklich eine schnellere verbauen aber wenn sie es nicht dabei schreiben nämlich das günstigste halt weil sie könnten es ja so machen ihr könntet euch dann hinterher nicht darauf berufen hey ich hätte aber eine schnellere erwartet nein die können hergehen und die da einbauen 240 gb ist natürlich totaler quatsch klar für e-sports titel wie gesagt reicht das für multimedia und so ist es okay aber es wird ja als gaming pc betitelt und die kostet 28 98 bei digitalo das gehäuse ist ein gamdias apollo m2 a rgb da sind wohl vorne schon zwei mal 200 mm lüfter vorinstalliert rgb beleuchtet und ansonsten habt ihr halt keinen airflow und das ding ist wohl vorne auch irgendwie geschlossen so halb ich weiß es nicht genau ist ja auch nicht gelistet das nehme ich aber gleich noch als preis auf weil die haben hier in den historischen daten so um die 91 euro gab beziehungsweise auch 62 ich habe jetzt mit diesen 90 euro einfach mal gerechnet kann ich euch also nicht viel zu sagen es ist irgend so ein billo gehäuse so ist es halt der kühler ist kasten also quasi box ist halt kasten dass der standard kühler von amd mitgeliefert wird er ist allerdings nicht rgb beleuchtet wie auf den bildern zu sehen ernährung 350 watt 80 plus bronze anhand der bilder sieht man halt schon dass das hier so ein co-link netzteil ist ich habe aber jetzt einfach nur ein 500er gefunden ich habe das 350er wirklich nicht gefunden 350 watt ist halt totaler quatsch ihr könnt natürlich wirklich hinterher noch eine grafikkarte reinpacken sagen wir wirklich mal eine 1650 oder so aber dann muss auch schluss sein mehr geht da nicht rein ich würde schon bei einer 6600er beziehungsweise 6700er aufpassen da ich jetzt nicht genau das gefunden habe was da verbauen kann ich auch nicht sonderlich viel mehr dazu sagen wir nehmen jetzt das 500er da sind wir dann fair dann haben wir auch einen fairen preispunkt und das kostet 39 euro 90 bei equipper zusätzlich noch dazu bekommen wir windows 11 pro und wifi n300 windows 11 muss bei diesem system gar nicht mal sein da reicht auch windows 10 weil es halt ein ganz alter ryzen ist der ist glaube ich von ende 2019 oder so also fast drei jahre alt aber ist okay dass es dabei ist ist halt das aktuellste betriebssystem was sie so nehmen könnte schon okay und das kostet 57 euro 80 und dann nehmen wir jetzt noch die intel dual band wireless ac karte mit dabei hier ist zwar nur der endstandard drin verbaut denke ich mal wir haben jetzt hier eine aktuellere karte genommen aber preislich kommt da da ungefähr aufs gleiche raus kann auch sein dass es eine psa express karte ist oder womöglich nur ein usb stick kann auch sein und die kostet 11 euro 90 in österreich bei ics beziehungsweise 13 euro bei mine factory und dann bekommen wir jetzt noch diesen yama g master blackhawk g2 530 hsu 24,5 zoll gaming monitor mit dabei da scheint dieser hier zu sein ist halt ein full hd monitor mit 75 hertz mehr brauchte bei dem pc sowieso nicht zu erwarten was er als fps schafft ja ist okay dass mit dabei ist ist nichts besonderes und das problem ist auch hier haben wir aktuell keinen preispunkt weil der monitor schon ziemlich alt ist wir nehmen jetzt einfach mal hier so bummelig ja sag ich mal 190 beziehungsweise hier war auch mal für 150 euro drin ich rechne einfach mal mit 150 und dann bekommt er noch hier dieses trust gaming tastatur und maus set mit dabei das ist dieses hier ja kann ich nicht viel zu sagen ist halt eine tastatur und eine maus was soll man für 27 euro 72 auch erwarten und dann werden wir auch hier schon beim endergebnis achtung davor gleich auch noch eine liste das ist hier die kingston a400 ssd der prozessor der ram das mainboard der monitor diese wlan karte tastatur und maus dann haben wir hier das gehäuse dann das netzteil und windows da kommen wir jetzt auf den gesamtpreis von 455 euro 88 jetzt habe ich mir hier eine tabelle aufgemacht 455 88 laut guide zahls dann kommt das case noch dabei wo wir jetzt mal 90 euro rechnen wirklich obwohl es nur 60 wert ist aber wir rechnen 90 150 von dem monitor bei dem mainboard habe ich die 120 jetzt abgezogen dass wirklich diese 50 euro rest bleiben was es realistisch auch irgendwo wert ist es gibt es halt einfach nicht mehr auf marken deswegen wird es teurer dann landet ihr bei 575 euro 88 endpreis selbst wenn jetzt diese 120 nicht abzieht dann landet ihr irgendwo bei 700 euro und das teil kostet einfach mal mehr als das doppelte da kommt auch versand zu und so ne das teil ist auf lager und wie gesagt es ist in deutschland bestellbar und da denkt sich jemand bei 1439 euro bohr geil den hole ich mir jetzt hier mit monitor und allem mit dabei das ist totaler quatsch lasst die finger davon das war ja einer der hauptgründe warum ich diesen kanal auch eröffnet habe dass ich warnungen rausgebe mittlerweile gebe ich auch ein paar empfehlungen raus die alle auch nicht bezahlt sind aber hier ist es einfach so hier muss man eine ganz klare warnung aussprechen und das teil ist wirklich der letzte rotz da könntet ihr sogar zu hightech gehen und kriegt was besseres und das heißt was und ich muss auch wirklich sagen das video hat mir ganz besonders spaß gemacht ich meine dieses ganze rausgefummeln mit den sachen raussuchen und so das war jetzt nicht so geil aber wo ich das gesehen habe dachte ich mir alter das so ein video muss einfach mal wieder sein nicht immer dieses trockene reingelaber und sagen jo das ist kacka das ist gut sondern das hier das ist wirklich die absolute rotz und es hat mir übelst viel spaß gemacht dieses video einfach mal zu machen ich hoffe ihr hattet auch spaß dran lasst ein däumchen nach oben da abonniert den kanal falls ihr es noch nicht gemacht habt bis dahin auf wiedersehen und ciao ciao bis zum nächsten Mal Vielen Dank.